Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin natürlich auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Macken und Quest. Viel Spaß! Ok, und dann würde ich mir sagen gehts los. Herausforderung. Ok. But the German. Oder gar nicht. Zuerst werde ich mal wieder die ganzen... vor drei Minuten. Alles einsamen löschen. Was kriege ich hier? Senden. Unterhalten. Ist auch verbunden mein Konto. Hm, egal. Dann, was ist hier? Rangliste. Oh, ich bin gar nicht dabei. Ich bin auch so ein guter Spieler. Ah, ist eine gar nicht eingesammelt jetzt. Hm. Mal zurück. Und... Was haben wir noch? Chat. Missionen. Gilde. Händler. 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 Ok. Das ist das hier? Furchtbare Erfindung. 2 Tage läuft noch. Das ist Kampf, Beschwörung, Prüfung, Inaktivität, erst mal einsammeln. Und schnell einsammeln. Jägerliga. Oh, da, alles einsammeln. Ähm, Prüfung, Beschwörung, da ist doch nichts mit Kämpfen. Ähm. 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 Besteätigen. Kann ich denn heute irgendwelchen Helden beschwören? hier nur mit diamanten aber ich bin zu geizig um diamanten auszugehen gilde was kann ich da machen ich glaube das war ein kampf da machen wir den ersten kampf herausforderung ist voll gut alle auf gold gut dann beginnen wir mal den kampf gut so 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 Das war's. Noch 11 Sekunden, das werdet ihr überleben. Obwohl die nächste Truhe werde ich nicht mehr kriegen. 540.000. Gut, das war Kampf Nummer 1. Ich glaube, ich muss zweimal gegen den kämpfen. Hass. Muss ich nochmal gegen den kämpfen? Ne, doch nicht. Gut, gut, gut. Schnell zurück. Zurück die Tasche. Da. Brauche ich auch nicht kämpfen. Ach, den habe ich doch schon, oder? Ne, habe ich nicht. Oder? Geschichte. Ne, die habe ich doch nicht. Kleines schauriges Mädchen. Das, der, die sieht süß aus. Ich brauche 25. Ich glaube, ich habe nur 25. Wie viel brauche ich? Dann gehe ich mal auf die Helden. Oh, die ist schon... Gold. Das ist doch nice. Hochlevel. Okay. Weiter hochlevel. Okay. Weiter hochlevel. Ausrüsten. Zack. Ich habe vier Stück von denen. Da geht auch die Aufstufung bestimmt. Da. Den. Das ist der hier. Also, das ist der. Jetzt wird aufgestuft. Den brauche ich dreimal. Geht nichts. Den brauche ich dreimal. Aufstieg. Den brauche ich dreimal. Aufstieg. Die brauche ich dreimal. Aufstieg. 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 Haben wir das auch geklärt, da kommt jetzt die Prüfung, sogar zwei Sachen da, einsammeln, und hier, jetzt muss man kämpfen. Weiter, 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 okay, ich probiere immer zu kämpfen und nicht die anderen Sachen einzusammeln, weil durch Kämpfen kriegt man mehr Erfahrung, mehr Punkte, es war auch schwerer, aber, da muss man durch. So, der Gendriff, sag ich mal, der kommt noch hinten in der Weise, und der kommt in der Mitte. Soll ich, Fankämpfer eigentlich, Jäger, Tank, Heiler, Heiler, und Dede. Wenn ich es doch so richtig in Erinnerung habe. Ich finde das Spiel richtig gut, aber ich spiele es so viel Spiel, deswegen finde ich nicht immer für die Spiele, die ich gut finde, Zeit. Das war die erste Runde. 21 muss ich machen, okay. Aber natürlich das Silber, egal was da steht. Was ist das? Heilen. Dann nehme ich lieber hier was. Das soll ich wieder mit den schlechtesten anfangen. Damit die schweren, oder meine starken Leute geschont werden. Ich glaube, ich fange mit die schwächsten an. Die goldene Mitte. Eigentlich schaue ich immer auf alle, was alle kriegen. Dafür habe ich nur das eine Silberle genommen. Egal. Rekrutieren. So. Wir nehmen die schwächsten. 1, 2, 3, gehen, 5. Ich glaube, das ist ein Tank und das war Fernkämpfer. Ich glaube, das waren Magier, die 3. Mal schauen, wie lange die überleben. Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du- Du-Du-Du-Du-Du. Hm. Nicht lange. Das war's für heute. Hmm, da falle ich selber. die sind alle level 75 52 und 65 und ihr kämpft gegen meine level 1er knapp ganz knapp hätte ich ja beinahe gewonnen schon wieder ganz knapp alle daumen oh jetzt geht's los jetzt kommt schon mal ein level 10er oh wir meinen besiegt ach ne der war unsichtbar gleich wird es witzig und der erste level 60er oder die ersten 2 sogar wie okay Oh, du hast ein Mädchen getötet. Es leben auch nur noch drei Stück. Heiler, Heiler, das ist ein Tank, sie war auch eine Heilerin und das ist ein Fernkämpfer. So viele Heiler dabei. Okay, sie ist eigentlich richtige Heilerin und die waren DDS. Und ab jetzt gehts ganz schnell. Okay. 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 Let's go. Die Prüfung ist auch immer eine Daily. Ich besiege drei Bosse in der Prüfung. Ich glaube, das war jetzt gerade hier ein Boss gewesen. Und da ist der letzte Boss, ah ne, 1, 2, 3, ah ok ja. Und da ist die Boss, ich glaube, das war jetzt ein Boss, ich glaube, das war jetzt ein Boss, ich glaube, das war jetzt ein Boss. Ja, episch, äh, episch, Gold. Da, ein Boss. Ich weiß nicht, warum muss ich hier eine Zeit laufen lassen, weil wenn ich jetzt verliere, bleibt es so, wie es jetzt ist und ja, das war das Spiel von gestern, wir wissen Bescheid. Bleibt es so, wie es ist, aber, ja, genau, da muss man einfach mal antreten wieder. Ja, wahrscheinlich beim nächsten Sehen, weil ich hier so viele Heiler drin habe, mache ich zu wenig Schaden. Die kenne ich gar nicht hier, die hier hinten. Ich kann das alles machen. Ja. Ach, das ist noch cool. Oh, Level 107. Das spinnt doch wohl. Zwei Gelte, bei meinem Heiler. Da wurde übernommen. Boah. Halt wieder alles hoch. Schnell. Jetzt wieder. Heilung. Ach, wurde unterbrochen. Nein. Diese Sau. Wir probieren mal einen Toten, wie wir es überlegen. Ich darf mir einen aussuchen. Dann nehmen wir hier das kleine Mädchen. Hier ist der Weiße. Hier ist der Weiße. Ah. Down. Der Nächste. Down. Jetzt kommt die Heilung. Aber zu spät. Alle Down. Alle Down. Das kann doch nicht wahr sein. Alle Down. Boah. Gut, dass ich gerade jemanden wiederbelebt habe. Es sind genau 15. Sie war Magierin. Er ist Magier. Keine Ahnung, was er ist. Und was der ist, weiß ich auch nicht. Ich hoffe, die sind richtig. Na doch. Passt schon. 118. Boah. Der ist Level 118. Ich habe hier keinen Heiler dabei. Alle. Okay. Jetzt werden wir einsuchen. Weil er könnte ein Heiler sein. Wer die? Ich denke der nicht. Sieht aus wie ein Nekromant. Sieht auch ziemlich böse aus. Wer ist ein Heiler von den Vieren? Ich probiere mal mit der Frau hier. Noch einen? Dann nehmen wir den hier. Verteidigung. Das ist ein Geschäft. Und das war? Ah. Trinken. 80-80. Ja gut. Kampf. und der erste Down. Und der zweite gleich hinterher. Okay. Kleiner Down. dann prüfen wir die hier ich vermute sie ist eine heilerin ich weiß es nicht also stellen wir sie nach hinten und jetzt haben wir auch drei solche flieger dadurch habe ich mehr schaden also sie ist schon mal eine magierin aber sie heilt nicht sie verteilt solche schutzschilder ja auch gut zwar keine heilerin schade 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 ob ich den schaffe und schlagen war sogar so nahe kämpfen aber ich brauch die halten boah und sie macht dass man schneller den sauerkraft vollzeugt nice zwei brosse besiegt ein wiederbeleben ja das machen wir wir nehmen sie als heilerin mit beten oh schön dürfen wir noch welche mitnehmen nehmen wir die mit beten und 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 wir nehmen noch den fernkämpfer nein 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 wir nehmen wir noch mit ach je nimm mal den nimm dir den nochmal nahkämpfer dann wird jetzt ausgerüstet wieder also er war ein nahkämpfer das ist gut den lassen wir drin dann nehmen wir den noch mit nahkämpfer sie macht so ein schutzschild sie heilt und sie heilt da fehlt was na egal passt schon meine heilerin wird grad verzaubert na schon wieder verzaubert na schon wieder verzaubert das sieht auch schon mal gut aus 45 43 erstmal den schwächeren besiegen heilung jawohl noch mehr heilung und dann noch mehr heilung und dann noch mehr heilung nice 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 ne ne war nicht ich würd das doch kommen wir machen egal da sind wir den hier da sind wir den hier los heilung wieder und gleich kommt die nächste heilung und die nächste ach erstmal schutzschild jetzt kommt die heilung ach gestunt nein man macht dagegen sowas lasst mein heilung los 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 den los 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 Kommt, wir gehen einkaufen. Ich kaufe mal das hier. Und das. Weiter. Auch rot. Auch rot haben wir schon. Wir haben rot und blau und grün vierte noch. Dann gehen wir zum Schmied. Ah, das war das. Bestätigen. 122. Eine Minute Zeit für den Kampf. Ah, das wäre nicht schaffend. Ich glaube, er muss sich sogar in einer Minute besiegen. Vielleicht, der nicht down ist, fängt er weg. Ich glaube, ich fahr das so. Aufliegen. Ich hätte lieber eine Idee mit dazu gesetzt, den ein Highlight und eine Idee sorgen. Zeit für den Kampf. Na gut, dann bete mal wieder. Für den. Und. Den. Bestätigen. Wieder bei den. Die Prüfung dauert aber ganz schön lange. Mein lieber schon. Mein lieber schon. Wir erhöhen mal die Verteidigung. Da ist er. Du kleiner Zwerg. Du wirst dich mit mir anlenken. Das wird schwer. Ich habe Angst. Der einzige Vorteil da ist, die haben keinen, der sich hinter dir beschwört. Zu den Heilern. Also die können von hinten gut heilen. Wenn die vorne einfach nur tanken und ein bisschen Scham machen. Aber ein bisschen ist gut. Es lebt nur noch der Boss. 1 Minute noch. Ah locker. Locker. Und down is er. Oh. Einer von mir ist down. Zwei von mir sind down. Aber noch geschafft. Da liegt er. Tua. Yippie. Bis dead again. Nice. Aber ich glaube fürs nächste Mal müsste ich meinen Helden ein bisschen mehr aufleveln. aufleveln. Level 2 geschafft. Okay. Dann haben wir hier noch was. Schuhe. Schon wieder. Und dann die Tasche. Oh. Eine Beschwörung. Helden. Rüstung. Geschuhe. Jawohl. Aufstieg. Ich hab ja den eingekriegt. Äh. Den hab ich gekriegt. Bringt mir grad nicht weiter. Das bringt mich nicht weiter. Gut. Dann nehmen wir jetzt mal die ganzen Sachen entgegen. die wir hier jetzt freispielt haben. Gewonnen haben. Hier haben wir den noch. Und. Täglich. Was müssen wir noch machen? Starte fünf Kopfgate Quests. Okay. Einsetzen. Ah. Schade. Ich brauch auf jeden Fall einen goldenen. Nehmen wir die hier. Ach. Mit Stern sogar. Habe ich nur den hier. Und dann den. Und den. Und den. Gau. Ja super. Den kann ich nicht machen. Schade. Oder. Geht das auch? Ein goldener. Einer mit Stern. Schade. Nehmen wir den hier. Den. Und. So. Reitervieh. Da. Fertig. Fertig. Den. Und. So ein Sandmann sag ich mal. Hier habe ich. Und noch zum Flieger. Da. Ja. Sind alle. Bis auf den. Tascheninhalt. Oh. Vier Beschwörungen. Oh. Ich kann da wieder. Ein. Aufleveln. Das wir zum Helden gehen. Aufstieg. Hier ist er. Aufstieg. Und. Den hier. Aufstieg. Und. Und. Das war's. Erstmal. Das ist jetzt hier in der Tasche. Ach. Wieder ein. Die da ein. Helden, ich war gerade überlegen, soll ich noch mal hingehen, soll ich nicht hingehen? Da. Den habe ich zweimal, den habe ich zweimal, den habe ich zweimal, den habe ich zweimal. Ja, aber leider nicht dreimal. Dann gehen wir wieder auf Missionen, tägliche Missionen. Wir nehmen einmal einen Kampf in der Sacan-Turm. Einmal? Warte mal, einmal, oder? Ja, da ist es. Hier, wo Verteidigung steht, speichern. Herausforderung, Nummer 1 nicht. Ich habe 34.000. Der hat 7 Millionen. Ich möchte eine Herausforderung. Nein, nein, nein. Die sind alle so schwer. Ha, nehmen wir den schwächsten. Level 300. Oh Gott. Vielleicht gewinne ich das ja. Nicht. Guck mal, ein Schlachtaugen. Zack. Ha, übernommen. Ganz knapp. Ganz knapp. Ganz knapp. Missionen. 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 Hippi. Gleich fertig. Versuch dich einmal an einer Dungeon. Okay. Herausforderung. Beginnen. Oh. Das ist schnell. Die war nur LW26. Oh, das ist schnell. Die war nur LW26. Schon bei Dunschen Nacht angekommen. Missionen. 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 Verbesser deine Ausrüstung einmal. Okay, jetzt die anderen Sachen sind alle ganz leicht. Da kann ich auch ruhig alle machen würde ich sagen. Ähm. Erweitern. Automatisch Auswahl. Bestätigen. Okay. Da 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 da. Die dabei mach ich auch noch schnell. Versuch dich einmal an einem Level. Ähm. Geh mal an das Level, oder? Und meinen die Helden Level. Helden Level kann nicht sein. Habe ich schon gemacht. Dann meinen die bestimmt das Level hier. Ein Kampf. Und dann gibt es nur noch eine Sache. Dann habe ich alles fertig. Und dann geht's nicht. Wollen wir versuchen wir mal ein bisschen besser. Hm. Egal. Du bin nicht trotzdem. Nächstes Level? Nein. Nicht nächstes Level. Genau. Das war das Level. Beschwöre einen Helden. Oh, ich habe sogar ein Ticket gekriegt. Habe ich hier noch was? Nein. Nur den. Und welchen kriegen wir? Den habe ich noch nicht. Der ist auch braun. Das heißt, ich kann den nicht aufwerten. So, das waren alle meine Dailies. Ich schaue mir jetzt noch einmal den neuen Helden an. Braun, das ist... Hm, wo ist denn da hin? Das war ein brauner Kranz. Da. Sieht doch süß aus. Gut. Oh, da. Ruhestand brauche ich nicht. Ja, das läuft noch einmal kurz. Einsammeln. Okay. Gut. Gut, gut, gut. Dann war es das für heute. Dann sage ich Dankeschön für den Zuschauern. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Dabei seid. Dabei seid. Ich will noch schnell mein Ticket ab. Bis dahin. Auf Wiedersehen. Tschü tschü.